Oh, anstrengend. Mein Bruder studiert auch im Trier. Cool, was denn? Wahrscheinlich aber an der Uni bestimmt, oder? Du hast immer noch nicht gesagt, woher du kommst. Ähm, Leute, hier sind jetzt 220 Leute drin. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal auch abonniert. Und nicht dann direkt wieder verschwindet. Vor allem, wenn hier so viele coole Leute reinschreiben. Hör auf, die sind glatt. Nein, die sind nicht glatt. Ich sehe doch, dass sie nicht glatt sind. Eigentlich hab ich sie gestern schon geglättet. Nee, eigentlich hab ich sie nicht geglättet. Das stimmt. Ich hab sie nicht mit Doublette-Eisen gemacht. Deswegen sind die auch nicht glatt geblieben. Ich hab die mit dem Air Straight geglättet. Und dann bleiben die leider nicht glatt. Das ist der einzige Nachteil. Tut mir an zu sehen. Sorry. Aber ich hab so ein Dings, wenn die nicht ganz glatt sind. Ich sehe ja, dass sie nicht ganz glatt sind. Ich sehe, dass sie am Spiegel. Wie tut ihr das? Aber egal, das reicht. Ich hab heute nichts Besonderes vor, außer ein Blohmarkt. Lieber einmal drüber und langsam anstatt zehnmal und so schnell. Ja, aber irgendwie... Ja, lass mich in Ruhe. Ich mach was ich will. Wenn ich die nicht ganz neu glätte, nur so drüber glätte, dann mach ich das einfach so ganz schnell. So tuk tuk tuk. Danke fürs Folgen, Leute. Okay, du darfst Dankeschön. Woher? Äh, nee, Luxemburg. Ich glaub immer, wenn die Leute... Ich sag halt, nicht immer so genau Stadt, wo ich wohne. Aber ich glaub, wenn man so sagt, nee, Luxemburg, ich will halt nur so einen Bereich sagen. Und ich glaub, die Leute denken dann immer so, ich wohne am Arsch der Welt, weil irgendwie keiner Luxemburg auf dem Schirm hat. Die Lara wieder am Start. Huhu, ja, hi. Hey, ich erinnere mich. Love from... Cool. Ey, Leute, ich will auch mal nach Indonesien. Hallöschön. Ich... Ich weiß nicht, welche Sprache das ist, aber ich verstehe es nicht. Von Lidl geholt, für 59 den. Ja. Es gibt so Dubes davon, gell, bei Lidl. Hola. Leute, das ist so eine Krankheit mit diesem Becher. Ähm, ich hab den von meinem Papa geschenkt bekommen. Und dann... Wollte meine große Schwester auch einen. Dann wollten meine zwei Kleinschwester auch einen. Und jetzt will sogar mein sechsjähriger Bruder so einen haben. Alle sagen immer, der ist unnötig, aber... Glaubt mir, man steckt da mit jedem an. Leute, hier sind so viele Leute drin. Trotzdem schreiben ganz wenige rein. Oder die Nachrichten kommen nicht bei mir an. Danke fürs Folgen... ...an German und an... ...big blödet... ...aussi. Danke schön. Thank you. Leid, ich war gestern auch noch leid. Ich hab so Schlüsselanhänger gemacht. Danke an Hamid Dennis fürs Folgen. Was machst du beruflich? Also, ich bin noch am Studieren. Äh, ich studiere Architektur und ich mach halt nebenbei, arbeite ich halt bei uns an der Hochschule. Mach da so ein paar organisatorische Sachen und sowas. Und ansonsten geh ich im Moment nur babysitten. Welche Lashes, Maus? Das sind... Das sind Lash-Extensions. Also, ich kann dir leider nicht sagen, was es ist. Leider. Danke... Danke fürs Teamherz. An mich, hey. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich kann keine Lashes kleben. Ähm, ich hab's oft versucht, aber ich krieg's einfach nicht drin. Ich hab dafür, glaub ich, keine Hand. Deswegen... ...helfen nur Lashes-Extensions. Okay, sehr angeschön. Dankeschön. Ja. Das eine ist halt auch nicht... Also, es ist eigentlich nicht so zeitaufwendig. Es geht eigentlich voll. Aber es ist cool, wenn man halt mit so Profs zusammenarbeitet und dann... Ja. Hat schon Vorteile. Tansania. Ja, Tansania ist auch... ...ultra interessant. Ich hatte eine Freundin. Ich glaub, ihr Papa kam aus Tansania. Wo wohnst du? Ich komm aus der Nähe von Luxemburg. Aber noch in Deutschland. Leute, danke fürs Folgen. Ich würd so gern eure Namen sagen, aber ich... Äh... Ich kann... Also, voll viele haben halt keinen Namen hier drin. Hier sind jetzt fast 300 Leute drin. Ich freu mich mega darüber, wenn ihr folgt. Sieht gut aus. Danke schön, Stella. Du siehst auch richtig gut aus. Ähm... Weißt du, ob ich mich wirklich nicht schützen muss, wenn ich... Okay, Mara. Such dir hierfür. Please. Please. Hi. Ah, jemand aus Brasilien hier drin. Say hello to Brasilien. Hello. Danke an Kuschelbär Markus. Bis folgen. Hi. Mika. Rio de Janeiro. Cool. Leute, ich will unbedingt mal nach Rio de Janeiro. Kennt ihr diese TikToks von Rio de Janeiro? An Silvester? Sieht so schön aus. I don't know Tansania very close, but I just know a person from Tansania. Danke an Modesto fürs Folgen. Sorry, Leute, wenn ich das... Wenn ich irgendwen hier so für Gäste zu nennen oder so. Ich mach das nicht extra. Hi. Innen dran. Hello. Ich kann... Ich... Franklin, Marit, ich weiß nicht, welche Sprache das ist, aber ich spreche sie nicht.